Ja hallo Freunde, ich bin der FuroBow und wir spielen immer wieder, Call of Duty Adventure for a Multiplayer Wieder Team Deathmatch, diesmal auf WIAT WIAT Games, League of Legends, wisst ihr Jo, und ich hab mein Gamegarten noch ein bisschen hier was gemacht Ich bin mal, ich mag, wie die noch für ist Die sieht irgendwie anders aus Die Terminabeleichtung, äh Oh, wir sind ja super in der Überzahl Mein Ping ist auch angeblich mega mies Wo sind wir denn? Ich bin mal auf dem Server in Russland oder was Da haben wir jetzt zwei Teamkoren Jeder, der kein Sentinel ist, ist ein Feind! Aufschalten! Äh, hopps, äh Äh, okay Es laggt schon Und da sind wir schon tot, geil Ja, jetzt weiter geht's Ich kenne die Map nicht Und, äh, ich hab ne neue Waffe Und ich Treffe gar nichts Natürlich laufen wir hier lang Ich hab' noch ne Kill-Assist bekommen Ah, wir sind tot Die Deckung, ich rücke vor Ja Ich hab' sowieso gehabt'n Kacke Weil wir echt so ne Unterzahl sind Äh, geil Ja, der Wichser ist auch schon wieder dabei Okay, da hab' ich keinen Bock drauf Wir geh' gleich echt raus Ich hab' den wenigstens einmal getroffen, ne? Feind auf dem Dach des Wartungsgebäudes! Feind auf dem Dach des Geflüsses! Ich hab' den wenigstens einmal getroffen, ne? Feind auf dem Dach des Wartungsgebäudes! Und da sind wir schon wieder tot Ja, wir spielen 1 zu 5, ist doch geil Oh, Mann Da kann ich Towerfeuer drauf halten, ne? Was hat man im Nahkampf ist durch? Schau mal die Waffe Welches Ziel? Oh, wir haben ihn bekommen! Fuck, und aber hinter uns auch noch Na egal Ich bin's ja gewohnt zu sterben Also passt das schon Oh, ein Assist! Scheiße! Naja, weiter geht's Wie gehen wir hier lang? Oh, hier kommen wir nicht lang Alter, der ist schon mal Der Wichser, ey Ich schasse den Ich glaube mit diesen Waffen da einfach nur rummelden und überhaupt gar nix machen Ich will da hoch Lass mal nachladen jetzt Okay Wenn ich mal Gold Was ist der Sack? Na jawoll Ist noch am Leben Ich weiß zwar nicht warum oder wieso Aber wir sind am Leben Ah, das war Nicht umsache Nicht umsache Ja, ist auch umsache Nicht umsache Haha, klar Hätte ich drauf schießen können Okay, wir bewegen uns mal ein bisschen Von wo denn? Ah, der ist schon wieder Und weiter geht's Und weiter geht's Jawoll Okay, von wo denn? Von da oben! Von da oben! Habe ich ihn jetzt mit der Haftkonate erwischt oder das? Nein, natürlich Habe ich mich Okay Achso Okay Also können wir uns hinlegen und so Ich würde ja gerne nochmal Sniper spielen oder so Oh Oh Herzensfische Shit Jetzt weiter geht's Oh Hm, eh lang Ah, toll We're acting gold Gut Woohoo Alles Okay Okay So, wir haben ein bisschen Fail-Offs Jetzt werden wir jetzt hierhin Bisschen Erstmal nachladen und so Aber wir sind dick am verlieren, ne? Feindliche Drohne online Feindliche Drohne online Okay, keiner killt den Ich weiß nicht, wo der hin ist Jawoll, den haben wir bekommen Zahltag Und den haben wir auch noch bekommen Äh Unsere Drohne ist online Okay Alles klar Bam, erledigt Jetzt Und Wir haben leider verloren, aber Wir haben unser Ziel verloren Aber Ich glaube wir haben relativ gut noch gespielt Oder? Aber wir haben wieder beste Spiel Und wir haben wieder positiv gespielt Guh, guh, guh Wollte, ich würde sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Haut da rein Ciao